Halt's Maul und setz' ich auf deinem Platz Wieso hast du kein Respekt vor dem Fakt? Es klingt so schlecht, als wär's extra gemacht Du bist'n Witz und ich bin der Letzte der Lachen Du, tu dem vielen Dank und Ehre, geh draus Für das Tutorial, wann sich die Karriere versaut Dazu du rappst deine Track, als ob das alles ein Witz war Zeigst jedem Rapper draus, wie man es nicht macht Ich tag, ein Rapper hat es wirklich nicht gereicht Wirst ein YouTubes-Bass und wirst es für immer sein Nimm dich in Acht, wünsch ich erzähle dir was Du bist wie die 32, immer neben dem Takt Du willst Gangster-Rapper sein, doch du mach Antidrogenweiche-Rap Darauf zieh ich eine Line im Livestream weg Todes zerrissen, ich hau dein Gesicht auf meinem Tisch Lass dich Opfern im Koksbäcker sticken Du bist jetzt geknickt, wegen dem Drogengelaber Du in die Kappe geh mal lieber zu nem Modeberater Pansteins wie Koks direkt in das Gehirn Ich werd niemand hier als Rapper akzeptieren Du dem Boss, geh mal deinen Weg Würde ich sagen, aber leider bleibst du widerstehen Besser Dreh um Moonwalk game Sonst wirst du im Schattenreich vom Meister gequält Und ins Block ist ein Uhrensohn Sind im Schattenreich wie bei Yu-Gi-Oh! Fuck man bist du peinlich Du hast nach Jahren raus aus deiner Höhle gekrochen Und Rap seien wie ein Kleinkind Als ich das gehört hab und mir wirklich gerade übel Und jetzt bekommst du mal von mir die Analyse Aufnahmeeck, Stimmlageeck Punchline, gar nicht vorhanden in deinen Tracks Video ist schlecht, Technik ist schlecht Alles was du machst wirkt so wie irgendein Holz zerträgt Who? Dachte du als Plan, warst ein kurioser Schicht Punkt ab, so will du ein Hurensohn bist Ha? Überlass mal dem Don das Gay Du bist die neue Nummer 1 Hall of Shame Du machst jetzt Chefmusik, ich glaub's ja Doch der Chef muss sterben wie bei's Auspark Vielleicht mach ich bald ein Rap-Tonier damit du mitmachst Doch ich lass dich nicht rein In's Trip Club Fühl mal den zerstörerischen Vibe Um dich abzutreiben, wurde Jack auserwählt Bring mir in deine Songs was Persönliches mit rein Und zeig uns auf einem Track, wie man Frauen schlägt Du den Boss, gehen wir deinen Weg Würde ich sagen, aber leider bleibst du widerstehen Besser Drehung Und okay Sonst wirst du im Schattenreich vom Meister gequält Du den's Block ist ein Uhrensohn Sind im Schattenreich wie bei Yu-Gi-Oh! Drehung Drehung Untertitelung des ZDF für funk, 2017